Krieg. Krieg ist immer gleich. Die Römer führten Krieg für Sklaven und Reichtum. Spanien errichtete ein Königreich aus Gier nach Gold und Territorium. Das zerstörte Deutschland wurde zu einer Wirtschaftsgroßmacht. Aber Krieg ist immer gleich. Selbst im 21. Jahrhundert wurde noch Krieg um Bodenschätze geführt. Nur wurde diesmal die Beute gleichzeitig zur Waffe. Erdöl und Uran. Wegen dieser Schätze marschierte China in Alaska ein, annektierten die USA, Kanada und die Vereinigten Staaten von Europa zerfielen in zerstrittenen Nationalstaaten. Nur darauf aus, die letzten Bodenschätze der Welt zu kontrollieren. 2077 war der Schrecken des Weltkriegs zurückgekehrt. In nur zwei Stunden wurde fast der gesamte Planet in Schutt und Asche gelegt. Und aus der Asche der atomaren Zerstörung kämpfte eine neue Zivilisation ums Überleben. Einige schafften es, sich in halbwegs sichere, große unterirdische Wurz zu retten. Deine Familie gehörte zu denen in Wur 13. Sicher eingeschlossen hinter der riesigen Tür und der massiven Felsgestein lebt eine Generation, die nichts über die Außenwelt weiß. Doch nun wird sich das Leben in der Welt ändern. Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Und zwar spielen wir Fallout. Wie die letzten beiden Jahre auch schon. Aber diesmal werden wir den Teil 1 spielen. Wie versprochen, ihr habt es euch gewünscht. Und somit soll es auch geschehen. Ich habe leider viel zu spät gemerkt, dass es keine 16 zu 9 Auflösung gibt. Deswegen habe ich einmal ganz, ganz fix dieses Design-Links erstellt. Es ist quasi noch nicht final. Ich habe auch extra einen Platz für eine Facecam eingerichtet. Das ist da, wo jetzt das Vault-Tag-Symbol ist. Da könnte zum Beispiel eine Webcam auch reinpassen. Allerdings habe ich die derzeit verdeckt, weil ich nicht weiß, ob ihr das möchtet. Und schreibt es einfach in die Kommentare. Ja, wir spielen Fallout 1. Wir starten mal in ein neues Spiel. Und es ist tatsächlich etwas anders als Fallout 3 und Fallout New Vegas, was ihr bereits auf meinem Kanal kennt. Denn dieses Spiel ist, ich würde mal sagen, alt. Es ist gut gereift. Wir dürfen uns hier eine Spielfigur aussuchen. Wir machen sie nicht selber. Wir können sie auch anpassen, aber wir können halt die Gesichter und so weiter nicht ändern. Hier haben wir zum Beispiel Natalia ist die Enkelin eines russischen Diplomaten, der im sowjetischen Konsulat in Los Angeles beschäftigt war. Vor allem Los Angeles. Sie ist eine wahre Akrobatin und verfügt über ausgezeichnete Koordination und Reflexe. Sie ist extrem intelligent und ideenreich. Nur viel ist ihr schon als Kind schwer zu verstehen, was mit persönlichen Eigentum gemeint ist. Natalia will die Vault unbedingt verlassen und die Außenwelt erkunden. Passt schon eigentlich recht gut zu mir, ne? Würde ich mal glatt sagen. Also sie hat, äh, was ist leidlich? Was ist das hier für ein Wort? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie, äh, Stärke 4, Wahrnehmung 5, Ausdauer 6, Charisma 7, Intelligenz 7, Wirklichkeit 10 und Glück 6. Übrigens, wenn man in diesem Spiel die Intelligenz unter 5 schraubt, dann kann man nur noch Grunzlaute machen. Deswegen werden wir da auch direkt aufpassen. Ähm, wir werden mal diesen schicken Typen nehmen. Und erstellen erst mal die Figur. Äh, ich würde tatsächlich gerne ein bisschen, äh, auf, äh, hartnächtige Stärke gehen. Weil, naja, in Fallout 3 und Fallout New Vegas hat sich das bezahlt gemacht, von Anfang an auf Stärke zu gehen. Ähm, ich weiß nicht, wozu brauchen wir Wahrnehmung? Ach, da steht ja unten rechts sogar. Ähm, rohe körperliche Gewalt. Große Stärke ist für körperbetonte Figuren wichtig. Beeinflusst Trefferpunkte, Schaden im Nahkampf und Tragekapazität. Wahrnehmung, Fähigkeit, ungewöhnliche Dinge zu sehen, zu hören, zu schmecken und wahrzunehmen. Eine gute Wahrnehmung ist zum Beispiel für Scharfschützen wichtig. Beeinflusst Reaktions- und Distanzkampffaktoren. Ausdauer, Kondition und Belastbarkeit. Eine Figur mit hoher Ausdauer überlebt, wo andere längst sterben. Beeinflusst Trefferpunkte, Resistenz gegen Gift und Strahlung, Heilung, Zusatztrefferpunkte pro Level. Okay, das ist jetzt nicht so wichtig, wie ich finde. Wahrnehmung kann man machen. Charisma. Kombination aus äußerer, was? Ich glaube, das, achso, das ist ein Aumlaut. Das sehe ich von hier aus gar nicht. Kombination aus äußerer Erscheinung und Charme. Ein ausgeprägtes Charisma ist für Figuren wichtig, die Menschen mit Worten beeinflussen wollen. Beeinflusst Reaktionen von inaktiven Figuren und Presse und Preise beim Handeln. Ach du Scheiße. Gott, diese Schrift. Äh. Inaktiven? Was heißt inaktiven Personen? Sind es NPCs? Naja. Intelligenz. Wissen, Weisheit und schnelles Denkvermögen. Eine hohe Intelligenz ist für jede Figur wichtig. Beeinflusst Anzahl der neuen Fähigkeitspunkte pro Level, Dialogoptionen und viele Fähigkeiten. Okay. Aber wir können gar nicht noch höher gehen. Gut, wir gehen hier auf sieben. Ähm. Beweglichkeit. Koordination und geschickte Bewegung. Eine hohe Beweglichkeit ist für jede aktive Figur wichtig. Beeinflusst Aktionspunkte, Rüstung, äh, Reaktion und viele Fähigkeiten. Ach du Scheiße. Ist auch verdammt wichtig, ne? Weil man muss dazu sagen, in Fallout 1 bewegen wir uns ständig im Watz-Modus beim Kampf. Das heißt, Aktionspunkte sind da schon ein bisschen wichtiger. Und Glück. Schicksal oder Karma. Ein extrem hoher oder niedriger Glückswert wirkt sich auf irgendeine Art auf die Figur aus. Ereignisse und Situationen ändern sich in Abhängigkeit davon, wie viel oder wie wenig Glück eine Figur hat. Ah. Okay. Wir sehen hier übrigens, äh, wir sind bei 61% Nahkampf und Unbewaffnet 71. Bei Kleinwaffen sind wir bei 40. Wenn wir hier runtergehen, ändern sich auch die Prozente. Glaub ich. Kann nicht so unbedingt, ne? Das ist vielfältig so krass. Aber die Trefferpunkte gehen auf jeden Fall hoch. Ah, gut. Das ist jetzt nicht so extrem, aber gut. Äh, deine Figur wurde vergiftet. Die Wirkung des Gifts hält an, bis ein Gegenmittel gefunden wird oder es deinen Körper verlässt. Ach du Scheiße. Verstrahlt. Deine Figur wurde erheblich verstrahlt. Je intensiver die Strahlung des, desto tödlicher die Wirkung. Augenverletzung gibt's hier auch. Deine Figur wurde an einem, an einem oder beide Augen schwer verletzt. Dies beeinträchtigt deine Fähigkeit Wahrnehmung. Aha. Armverletzung. Okay. Bei den Beinen sind die nur schwer verletzt. Schön. Okay. Äh, mal gucken. Die Arme. Der rechte Arm wurde schwer verletzt und ist nicht voll einsatzfähig. Ist dein Arm schwer verletzt, kannst du keine beidhändigen Waffen benutzen. Sind beide Arme schwer verletzt, kannst du gar keine Angriffe mit Waffen durchführen. Ey, ey, ey. Auf was habe ich mich hier eingelassen, Freunde? Wir behalten das mal auf gut. Das geht auf toll. Ich würde gerne einen Glück machen und einen Wahrnehmung. So, das wird unsere Figur sein. Was ist das hier? Du hast bereits... Ach, Zusatzmerkmale. Okay, ich hätte auch mal lesen sollen. Ah, okay. Dann sind wir Schläger auf jeden Fall. Gehen hier mal einen runter. Oder zwei. Lassen wir es bei acht. Ah, bei sieben. Ich weiß, ich weiß. So. Äh, beeinflusst irgendwas hier Waffen. Beweglichkeit. Beeinflusst die Waffen. Beeinflusst Schaden allgemein. Das heißt, wir halten das auch mal auf sieben. Mal sehen. Treffsicher. Ähm, umgänglich. Oh Gott, wir müssen uns hier erstmal ein bisschen reinwuseln, Freunde. Es tut mir leid, dass wir quasi einen sehr langsamen Start haben, aber ich muss das hier von Anfang an richtig machen. So, wir gehen auf jeden Fall auf kleine Waffen. Wir gehen auf jeden Fall auf, äh, Nahkampfwaffen. Und eine haben wir noch. Was ist Spielen? Das Know-how und die praktischen Kenntnisse des Glücksspiels. Karten spielen, Würfeln und andere Glücksspiele. Ne, so einen Scheiß brauchen wir nicht. Naturbusche. Praktisches Wissen über die Natur und die Fähigkeiten sind von den Gaben der Natur zu ernähren. Das Wissen über Pflanzen und Tiere. Ah, okay. Schleichenarzt, Erste Hilfe. Was brauchen wir denn unbedingt noch? Energiewaffen. Das gibt mir nur einen kleinen Boni, ne? Ah, kleiner Boni ist gut, ey. Na gut, äh, was haben wir hier noch? Ähm, Zusatzmerkmale. Wilder Kämpfer. Die Ironie des Schicksals will ist, dass Menschen um dich herum gewaltsam sterben und du immer Zeuge eines besonders grausamen tot wirst. Okay, wächst. Das Gute ist, dass alle um dich herum im Kampf böse Fehler machen. Das Schlechte ist, dass auch dir das passiert. Okay. Umgängig. Ah, ne, so einen Scheiß brauchen wir nicht. Anfällig. Du wirst leichter von den Pro... an den Präparaten, die du einnimmst, abhängig. Die Wahrscheinlichkeit, dass du abhängig wirst, ist doppelt so hoch wie normal. Dafür hältst du aber auch schneller von den... ah, okay. Stabil. Die Präparate, die du einnimmst, wirken auf dich nur halb so lange wie normal. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du abhängig wirst, ist ebenfalls nur halb so hoch. Okay, da haben wir Nachtmensch. Da haben wir versiert. Du hast viel Zeit in die Ausbildung deiner Fähigkeiten gesteckt, sodass du mit härteren Anfangswerten beginnst. Dafür erhältst du weniger zusätzliche Fähigkeiten und nur alle vier Level einen Bonus kannst vergessen. Begabt. Du verfügst über mehr angeborene Fähigkeiten als andere. Daher sind all deine Anfangswerte um einen Punkt höher. Aha. Cool. Ähm. Äh. Aber du verlierst am Anfang bei allen Fähigkeiten 10% und erhältst pro Level 5 Fähigkeitspunkte weniger. Das ist sehr schwul. Ja, guckt euch das an. Wenn ich das hier aktiviere, erhöht sich das zwar alles, aber das hier senkt sich alles. Und vor allem Naturbusche geht auf 1%. Alter. Wir verlieren 10% überall. Mindestens. Ja gut. 9. 9% verlieren wir genau. Ach du Scheiße. Kannst du knicken. Schnellschütze. Du hast keine Zeit für gezielte Angriffe. Ach Quatsch. Faustkämpfer. Kamikaze. Pfff. Pfff. Äh. Treffsicher. Bei deinen Angriffen bist du sehr treffsicher. Du verursachst zwar nicht so viel Schaden. Dafür landest du aber mehr kritische Treffer. Einhändig. Kleiner Körperbau. Du bist zwar nicht so groß wie andere Voltbewohner, aber das war noch nie ein Hindernis für dich. Du kannst nicht so viel tragen. Dafür bist du aber beweglicher. Aha. Es gibt uns die Beweglichkeit, die wir uns wünschen, ne? Okay. Tragen wir halt ein bisschen weniger. Schneller Stoffwechsel. Dein Stoffwechsel ist zweimal so schnell wie normal. Du bist daher gegen Strahlung, Gift, weniger Resistenz. Dafür heilt dein Körper aber auch schneller. Okay. Was kriegen wir dafür? Was? Achso. Wir dürfen nur zwei. Okay. Dann haben wir uns entschieden. Vor allem der Schläger hier. Finde ich cool. Gut. Ähm. Wir haben Rüstung 8, Aktionspunkte 7, was sehr wenig ist. Äh. Glaube ich. Trage Kapazität 150. Ach du Scheiße. Wir verlieren 50, ne? Für einen so ein scheiß mickriges Viech. Naja gut. Äh. Schaden. Nahkampf ist 2. Okay. Heilung 1. Kritische Treffer 6%. Okay. Wir drücken einfach mal auf. Okay. Was ist damit? Achso. Ist okay. Wir nehmen den Dude und gehen mal ins Spiel. Wir haben jetzt schon so viel Zeit verschwendet, ey. Ah, du bist da. Gut. Wir haben ein Problem. Ein großes. Der Steuerchip unserer Trinkwasseranlage hat den Geist aufgegeben. Wir können ihn nicht reparieren und die Anlage lässt sich nicht durch Notsysteme steuern. Kurz gesagt, wir haben bald kein Trinkwasser mehr. Kein Wasser, keine Wort. Er ist lebenswichtig für uns. Offen gesagt, ich... Ich glaube, du bist unsere letzte Chance. Besorg uns einen neuen Steuerchip. Wir schätzen, wir haben für 4 bis 5 Monate Wasser in der Vault. Bring uns den Chip. Auf deiner Karte siehst du eine zweite Vault. Geh am besten erst mal dorthin. Hey, pass gut auf. Okay? Ich dachte, es explodiert halt irgendwas. Kann sein, dass ich den ersten Teil gespielt habe. Kann aber auch sein, dass ich den zweiten gespielt habe. Das ist ewig her, Freunde. Ich weiß es nicht mehr. Und somit verlassen wir die Vault nach circa 16 Minuten. Dann wird es doch gar nicht mal so ein entspanntes Spiel, wie ich dachte. Wenn es zeitabhängig ist, ne? Mal schauen. Hat das einer von euch schon gespielt? Durchgespielt? Kann man, nachdem man den Wasserchip besorgt hat, zurück weiterspielen, um den Rest zu erkunden? Okay, ich habe keine Ahnung von der Steuerung. Wir spielen hier mit Maus und wahrscheinlich Tastatur. Ich weiß es nicht. Ach. Warte, warte. Da war doch was. Oh. Munition. Und ein Messer. Jetzt haben wir zwei. Coole Nummer. Okay, wir können mit der Tastatur auf jeden Fall ein paar Sachen auswählen. Objekt 1, Objekt 2. Haben wir jetzt zwei Messer in der Hand? Okay. Schaden 1 bis 4. Unbewaffnet. Ist das meine rechte und das meine linke? Ich weiß es nicht. Okay. Okay, auf jeden Fall ist da eine Ratte. Äh, und... Ja, mal gucken, was uns hier erwartet. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr von diesem Spiel. Auf jeden Fall sehen wir schon, es ist ein bisschen älter. Vielleicht müssen wir uns an den Ratten vorbeischleichen. Ich weiß es nicht. Warte, warte, warte. Wir begeben uns in Sicherheit. Wir können uns hier anscheinend umsehen. Gibt es hier vielleicht irgendetwas, was es sich lohnt anzugucken? Ansonsten würde ich gerne rausgehen. Ach, Ausgang. Hallo. Okay, schau mal. Hier muss es doch irgendwas geben. Liegt da eine tote Ratte? Nein, die ist nicht tot. Okay, scheint nicht viel Loot hier zu geben. Das heißt, wir gehen einfach mal hier vorbei. Und hoffentlich greift uns nicht irgendwas an. Obwohl, da ist eine Ratte im Weg. Was? Wo? Oh. Hallo Ratte. Äh. Ah. Machste kaputt. Okay, ich habe es nicht getroffen. Sie ist tot. Also ich bin Zeit gemacht, auf Nahkampf zu gehen, Freunde. Okay. Damit sind wir aus dem Watzmodus draußen. Wir könnten den Watzmodus auch beschleunigen. Äh. Allerdings mache ich das jetzt noch nicht, weil ich muss da erstmal reinkommen in diesen ganzen Scheiß. Nicht, dass die auf mich zulaufen und mich alle umbringen. Hallo, liebe Ratte. Ja, komm näher. Komm näher. Ich liebe es, wenn ihr näher kommt. Bam. Okay. Ähm. Ich würde sagen, wir kommen mal ein bisschen näher. Perfekt. Sie konnte mich nicht angreifen. Bam. Äh. Bam. Sehr schön. Eigentlich könnte ich hier rumlaufen und die anderen Ratten auch noch töten, ne? Ich meine, gibt bestimmt gute Erfahrungen, obwohl hier sind viele. Huch. Wo kommt sie denn her? Wie weißt du es nicht? Na los, Ratte. Komm her. Ich weiß, dass du da bist. Vor mir kannst du dich nicht verstecken. So. Wir haben übrigens acht Rüstung und TP 32. Ich glaube, 32 TP ist schon sehr gut. Ey, wieso hast du das überlebt? Äh. Okay. Können. Okay. Schleich. Achso. Ich kann. Oh. Arzt. Im Kampf nicht möglich. Okay. Ich kann mich selbst verarzten. reparieren. Falle. Ich kann eine Falle legen. Okay. Äh. Da muss man erstmal mit drauf klarkommen. Was ist das? Ich habe meine Waffe weggelegt. Okay. Wir können unsere Waffe weglegen. Okay. Was ist das? Das ist die Karte. Okay. Das ist der Kram, den wir ausgesucht haben. Keine Fähigkeitspunkte. Achso. Das sind Fähigkeitspunkte. Okay. Ich verstehe. Karma. Allgemein. Opfer. Drei Rappen. Ha. Ich bin schon der übelste Killer. Okay. Wir drücken erstmal auf okay. Was? Äh. Was für ein Bonus? Achso. Achso. Ich verstehe. Ich verstehe. Okay. Äh. Was bedeutet das? Habe ich keinen Namen? Ich glaube, ich habe keinen Namen, Freunde. Aber ist auch egal. Äh. Alter 25 und männlich. Habe ich es versäumt, einen Namen einzugeben? Egal. Dann sind wir der Namenlose. Ähm. Ha. Die Rade hat nichts gemacht. Dummer Rade. Okay. Die Frage ist, wollen wir jetzt rausgehen oder? Wollen wir noch weiter hier ein bisschen trainieren? Ach. Das war die Waffe wegstecken. Ich muss mich erst darauf klarkommen hier. Was ist das hier für ein Knopf? Achso. Okay. 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 Das ist unser Inventar. Das heißt, eigentlich brauchen wir die Tastatur gar nicht. Wir gehen einfach mal raus. Wir haben 150 Tage. Das ist ja gar nichts. Ich hoffe, das Spiel geht dann noch weiter. Ah. Wir können laufen. Sehr schön. Hat das Ding irgendwas mit? Willst du irgendwas? Ah. Was? Du glaubst, dass es sich um die Knochen gehörnter Kängurus handelt? Bist ihr aber nicht ganz sicher? Die Knochen sind einfach zu verwittert, um sie genau zu bestimmen. Okay? Soll es rausgehen. Komm. Äh. Okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir zu Wald. Easy going. Ich hoffe, es greift uns nicht zwischendurch an. Ich glaube, es kann uns zwischendurch etwas angreifen, oder? Ich glaube, uns hat gerade etwas angegriffen. Holy shit. Okay. Ich hoffe, wir kriegen den Platt. Okay. Hat nichts getan. Shit. Stirb, du Miest. Okay. Er trifft mich. Oh Gott, er trifft mich. Holy shit. Ich habe so das Gefühl, in die Richtung sollten wir noch nicht gehen. Alter, wenn ich sterbe, ne? Dann dreh ich durch. Okay. Nicht getroffen. Nicht getroffen. Ach du Scheiße. Wenn ich nur wüsste, wie viel Leben das Viech hat. Ah, schade. Ich dachte, vielleicht fehlen ihm die Aktionspunkte. Ken, Dude. Ken. Ich mache den Scheiß bestimmt nicht mit. Ich habe ihn noch nicht abgespeichert. Okay. Es kann mich nicht schlagen währenddessen. Alles gut. Ich werde den Scheiß tun und gegen dich kämpfen, Alter. Ganz voll klicken. Tschüss. Ach du Heilige. Kann ich hier schon speichern? Ne. Aber hier ist eine Stadt. Kommandozentrale? Unterkünfte? Eingang? Fuck. Mich greift schon wieder etwas an. Was? Wer bist du denn? Hey, Dude. Du seid gegrüßt, Reisender. Was schlägt dich hierher? Ich wandere nur so herum. Hm. Warum trägst du diesen ganzen Schrott mit dir rum? Ich brauche einen Steuerschip. Okay. Warum trägst du den ganzen Schrott mit dir rum? Das ist kein Schrott. Das sind Handelswahn. Also dann. Lass mal deine Geschichte hören. Ich wandere von Ort zu Ort und verdiene meinen Unterhalt mit Musik und kleinen Reparatur-Einheiten. Was für Arbeit machst du denn? Normalerweise repariere ich Sachen, deren Elektronik oder Mechanik kaputt ist. Ich habe den Leuten in Junktown mit ihrem Licht geholfen und denen in Sheddy Sands gezeigt, wie man bessere Öfen baut. Okay. Echt? Glaubst du, du könntest auch einen Steuerschip reparieren? Ich glaube, da kann ich dir nicht weiterhelfen. Ich kenne mich mit World-Technologie oder Vorkriegszeit einfach nicht aus. Okay. Tschüss. Vielleicht mit dir handeln? Ich brauche eine Wegbeschreibung. Äh, Sheddy Sands. Ist eine kleine Autor, bla bla, die von... Okay, hast du nicht gesehen. Fick dich. Ähm. Sie haben vermutlich... Äh, wir leben hier. Okay. Wegbeschreibung, du Arsch! Unfähig. Okay, haben wir ab. Was soll denn das? Du siehst Ausgang, ja, ist klar. Ach, cool. Oh. Zur Not laufen wir raus. Ah, okay. Der hätte uns tatsächlich die anderen Orte noch zeigen können. Eingang. Willkommen in Sheddy Sands, Fremder. Bitte steck deine Waffe weg, wenn du hier bist. Okay, Freunde. Ich würde sagen, das war's für heute. Ähm. Ich packe mal hier mein... Kann ich den irgendwie löschen? Oder überschreiben? Weißt du was, ich packe mich auf den zweiten. Äh, das war mein... Übrigens mein Testspeicherstand. Äh, let's play. Ja, das war's für heute, Freunde. Ähm. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Spiel sagt. Ich bin noch ein bisschen verwirrt, was das Ganze angeht. Äh, wir sehen uns morgen wieder und vielleicht dann nicht mehr ganz so verwirrt. Haut rein, euer Zero. Tschüss.